Einen für die Kaiserin, für Gaspard, Briella, die Herzogin und Korinthephus. Voll auf die Zwölf! Alles klar. Ihr seid offenbar wütend. Was kann ich tun? Ihr tut schon genug. Es sind die vielen Toten in Halam-Giral, die mir zu schaffen machen. Ein Koch hier, ein Lakai dort. Scheißegal, Hauptsache irgendein Arsch wärmt den Thron. Ein hübscher Arsch, zugegeben. Aber wie viele Leben ist der Arsch einer Kaiserin wert? Ach, dieser verfluchte Palast. Wir hätten einfach ein paar Bienen reinwerfen und die Türen verrammeln sollen. Ich weiß nicht. Ich würde eher Ohrwürmer aussetzen, um einen Ball zu stören. Ich hasse diese Biester mit ihren kleinen Arschzangen. Die sollte Josephine in ihre Drohbriefe aufnehmen. Wisst ihr, was ich aus der ganzen Sache gelernt habe? Schlaft nie mit einer Kaiserin. Außerdem hätte es geholfen, wenn sich Briella nicht wie eine Idiotin verhalten hätte. Ohne diese Pissnäcke wäre alles ganz anders gelaufen. Das war ihr Fehler. Sie haben alles noch schlimmer gemacht. Irrtum, Inquisitor. Schlimm war es von Anfang an. Es sind schon viele Leute gestorben, bevor der Himmel ein Loch hatte. Die Leute sind es, die ihr retten müsst. Und sagt ihnen bei der Gelegenheit gleich, sie sollen sich nicht wie Idioten aufführen. Die Leute sind es, die ihr retten müsst. Schlimm war es von Anfang an.